Das lässt jeden YouTuber von Neid erblassen. Das will ich nicht helfen. Hallo und herzlich willkommen direkt vom Filmset hier vom Musikvideodreh mit dem Ralf Lutz. Ralf Lutz macht übrigens schon ganz lange Theater. Und jetzt spielen wir in einem Musikvideo mit. Sehen wir nicht schneidig aus. Das Musikvideo ist von Jim Button. Ich zeig doch gleich nochmal Jim Button. So, hier ist die Garderobe. Ich bin zu spät. Sie sagen, Sie sind nicht nackt. Verdammt. So, hier wird sich auch vorbereitet. Ein Finne und ein... Alter Schwere. Und ein alter Schwere. Und hier ist Jim Button persönlich. Und hier schminkt sogar der Star noch selber seine Schauspieler. Oh, ich jetzt auch. Oh, da brauchst du aber viel Puder, viel Puder. Reicht gar nicht, reicht gar nicht. Für diese riesen Stirn. Meinst du, ich brauch zwei Packungen? Oh, ich krieg einen Hauch Glow. Ach, ich hab schon einen Hauch Troll gekriegt. Da macht ihr jetzt einen Hauch Glow. Kennt ihr noch das Lied? Merchiko. Guck mal, das ist eine von den Sängerinnen. Oder? Ihr wart ja mehrere, ne? Ja, wir sind immer noch. Aber jetzt sind wir nur noch zwei. Macht ihr noch Musik? Ja. Ach! Jetzt haben wir nichts denn jetzt. Ey, geil. Euch gibt's noch? Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, geil. Merchiko. Ja. Soll ich die ganze Zeit ein Ohr formen, ne, Fiko? Nee, wir machen noch. Aber wir sehen momentan von den Orginalen nur noch zwei. Das ist der Marker, man hat ihn immer genannt, der Neger mit der Mütze. Was? Der Neger mit der Mütze hieß es früher in den 70ern und ich. Mit eurer Musik bin ich aufgewachsen. Du bist doch aber noch so zu arg. Na, haha, das denkst du. Wie alt bist du? Sieht man doch. 30? Ja, sie hat 30 geschätzt. Das lässt jeden YouTuber von Neid erblassen. Das nenn ich mal ne Softbox. Die passt gar nicht drauf. So sieht sie normal groß aus wenn ich jetzt aber, aber sie ist ja so groß. So, hier haben wir zwei der Darsteller. Du spielst den, du spielst den Metaller. Habt ihr gehört? Den Mettler? Äh, jein. Nee, das mach ich doch. Achso, du machst das. Ja stimmt, sieht man ja. Er ist mal so der flamboyante Typ. Du bist auch Musiker. Ja. Der Bürgermeister der Nacht heißt die Band. Der Bürgermeister der Nacht bist du? Die ganze Band heißt du? Oder bist du das alleine? Band heißt es, ja. Band heißt der Bürgermeister oder nur Bürgermeister? Der Bürgermeister. Der Bürgermeister der Nacht. Sieht man euch auch auf YouTube? Zwei bis fünf. Ja, Bürgermeister. Müssen wir mal auf YouTube gucken. Er ist Jim Buttons Bitch. Ja. Jim Buttons Bitch. Jim Buttons Groove sich ein. Jim Buttons Groove sich ein. Yeah. Okay Baby, zeig's mir. Ja, komm, zeig's mir. Los, schwing die Hüfte. Oh yeah Baby, fahr dir durch die Haare. Während der Hauptstar die ersten Aufnahmen macht, sitzen wir hier gemütlich erstmal. In einer gemütlichen Runde. Und jeder fühlt sich umbeobachtet. Jo, jetzt wird getanzt. Wir haben schon tierisch abgedampt hier. Ich kann leider immer nur in den Pausen filmen. Das machen wir in der Pause. Jo. Yeah. Woo. Yeah. Rock'n'Roll. Sie hat auch eine blaue Gitarre. Wie ich. Wie sie gehört hier. Aber hellblau. Babyblau. 50er Jahre blau. Oh, jetzt werden sie Größenwandeln. Mit zweien. Sechse Piepen. Oh. Ich bin zwei Meter hoch. Oh. 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 Äh. Wo ist er gar nicht da? Ja. Hahaha. So, es war ein sehr, sehr langer Drehtag. Dankeschön an Jim Button hier. Wir sind ein bisschen 50. Ja, wir sind alle ein bisschen 50. Aber das Licht ist gerade sehr geil. Das Licht ist gerade so. Ja. Und wir sehen so sehr französisch aus, dass ich schon nur noch französisch sprechen kann. Also das fertige Video könnt ihr hier eingebenseln, könnt ihr da aufklicken. Wenn ihr nicht wisst, wer ich bin, dann klickt hier doch. Bis dann, ne? Rock'n'Roll. Oh.